Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich eine Klimaanlage einbaut und somit auch ein vorgefülltes Split-Klimagerät selber installieren kann. Wenn du brauchst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier mal eine Split-Klimaanlage, die einfach schon mit Kältemittel so vorgefüllt ist, dass es auf jeden Fall für unsere 5 Meter Kältemittelleitungen reicht. Und ich werde das Ganze übrigens auch auf den dahinterliegenden Balkon stellen. Das Innengerät, das möchte ich bei uns im Schlafzimmer anbringen. Da wir unsere Klimaanlage übrigens hauptsächlich zum Kühlen im Sommer verwenden möchten, werde ich das Ganze auch relativ weit oben Richtung Decke hin montieren. Da die kalte Luft natürlich von oben nach unten absackt, so wie wir es haben möchten. Falls du aber bei dir das Klimagerät hauptsächlich zum Heizen verwenden möchtest, kann es eventuell sogar Sinn machen, dass du diese etwas weiter nach unten gibst und somit die warme Luft dann auch von unten nach oben strömen kann. Denn dann macht es oben eigentlich relativ wenig Sinn, da sich die warme Luft dann einfach an der Decke oben sammeln wird. Jetzt aber genug zur Theorie. Zuerst einmal sollten wir unsere Wandschienen auf jeden Fall an die gewünschte Position halten. Da einfach nur darauf achten, dass wir mindestens 15 Zentimeter von der Decke Abstand haben, dass hier oben die Luft auch ordentlich zirkulieren kann. Und danach geht es einfach darum, dass wir es natürlich auch ordentlich ins Wasser ausrichten. Und laut meiner Anleitung sollten wir mal mindestens sechs Schrauben bzw. sechs Dübel hier reinbekommen. Ich achte einfach darauf, dass ich einmal bei jeder Ecke auf jeden Fall mir eine Markierung mache. Und dann passt es bei mir auch noch recht gut, dass ich zum Beispiel hier bei dieser mittleren Schiene und bei dem mittleren Loch mir das Ganze anzeichne. Danach können wir auch schon die passenden Löcher bohren. Ich verwende einen Sechser-Steinbohrer, da ich mich für Sechser-Dübel entschieden habe. Und natürlich auch Gehörschutz bzw. Schutzbrille bitte nicht vergessen. Die Dübel mit einem einfachen Hammer hineinklopfen und unsere Platte mit Gefühl fest schrauben. Im nächsten Schritt kann ich auch schon den Durchbruch für meine Kältemitteleitung nach außen machen. Hierfür messe ich mir das Ganze einfach mal von außen hier nach innen weg. Bedeutet, da ist später mein Durchbruch. Das sind sieben Zentimeter von der Außenkante und von hier oben sind es genau 22 Zentimeter. Das zeichne ich mir jetzt natürlich mal mit einem schönen Kreuz auch an. Und zum Bohren mache ich mir erst einmal mit einem langen, dünnen Bohrer eine Führung. Da ist aber wichtig, dass wir das Ganze nicht gerade bohren, sondern wirklich schräg nach außen, dass das Kondenswasser später von hier innen auch schön nach außen hin abfließen kann. Und wenn wir die Führung haben, dann verwende ich so eine einfache Bohrkrone, die man auch für Steckdosen zum Beispiel verwendet und werde das Ganze einfach mal größer ausbohren. Hier muss man einfach alle paar Zentimeter natürlich das Innere mit einem Hammer und Meißel entfernen. Die Bohrung ist fertig, weswegen wir unser Innengerät auch schon richtig anschließen können. Ich möchte zuerst mal meine Stromleitung anschließen. Hierfür muss ich bei meinem Innengerät einmal die entsprechende Klappe vorne nach oben öffnen und dann befindet sich auf der rechten Seite hier unten auch schon unser Anschlussblock. Der ist normalerweise nochmal mit einer Extraschraube gesichert, die ich gegen den Uhrzeigersinn löse und wir können ihn darunter auch schon erkennen. Die lange Leitung muss ich hierfür erst einmal von der Rückseite von unserem Gerät hier am besten oben einmal durchfädeln. Und wir können unsere einzelnen Leiter auch schon nach unserer Anleitung beziehungsweise einfach nach den Farben gleich entsprechend anschließen. Danach die Zugentlastung nicht vergessen, den Block wieder schließen und Deckel wieder zu. Im nächsten Schritt rolle ich meine Kupferleitungen mal schon so gerade wie möglich aus und biege auch die Leitung bei meiner Inneneinheit einmal um 90 Grad nach vorne, dass sie danach natürlich auch durch die Kernbohrung hindurch passen. Wichtig ist, man sollte das Ganze wirklich nur einmal biegen und nicht hin und her, da es im schlimmsten Fall sonst sogar abreißen könnte. Nun die Schutzkappe bei unserer ersten Leitung einmal gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das selbe Spiel machen wir natürlich hier bei dem gerade ausgerollten Gegenstück genauso und wir können es dann auch schon mal per Hand im Uhrzeigersinn richtig aufschrauben. Das selbe Spiel machen wir natürlich bei unserem zweiten Anschluss genauso. Wieder die Schutzkappen lösen und per Hand schon einmal festschrauben. Und wir sollten laut Anleitung die Verbindung mit einem bestimmten Drehmoment festziehen. Hierfür habe ich einen Drehmomentschlüssel und mir mal so einen Gabelschlüsselaufsatz dafür zugelegt. Bedeutet, das Ganze muss jetzt richtig eingestellt werden und wir sollten aber bitte auch die andere Seite mit zum Beispiel einer Armaturzange oder mit einem anderen Gabelschlüssel natürlich auch noch richtig festhalten. Bevor wir aber beginnen, muss das Drehmoment unbedingt noch einmal angepasst werden, da sich durch den Schlüssel nämlich der Hebelweg bei uns auch deutlich verlängert. Hierfür gibt es einfach eine spezielle Formel und die lautet das gewünschte Drehmoment mal unsere Länge von dem Drehmomentschlüssel geteilt durch die Länge von diesem Aufsatz hier vorne plus wieder die Länge von dem Drehmomentschlüssel. Das schaut erstmal komplizierter aus, als es wirklich ist und hierfür zeige ich es natürlich auch bei meinem Modell mal bei zwei Beispielen. Bei meiner kleinen Kältemittelleitung können wir zum Beispiel sehen, dass wir einen Anzugsdrehmoment von 15 bis 20 Newtonmeter verwenden sollten, weswegen ich mal 20 Newtonmeter in meine Formel hier unten einsetze. Dann nehme ich das Ganze mal 240 Millimeter. Das ist einfach von hier vorne die Mitte vom Vierkamp bis zur Mitte von unserem Griff. Geht halt durch 20 Millimeter, was wieder Mitte Vierkamp bis zur Mitte von unserem Gabelschlüssel hier vorne ist plus unsere 240 Millimeter. Und da kommt am Ende dann 18,5 Newtonmeter raus, was ich dann auch einstellen muss. Bei unserer großen Leitung schaut es zum Beispiel recht ähnlich aus. Da wähle ich jetzt 35 Newtonmeter wieder mal 240 Millimeter und dieses Mal aber durch 25 Millimeter. Da einfach dieser Steckschlüssel hier vorne etwas größer beziehungsweise etwas länger als der von der kleinen Verbindung ist und wieder plus 240 Millimeter. Da kommt am Ende dann schon 31,7 Newtonmeter raus. Wie man das Ganze richtig einstellt, dafür habe ich natürlich auch schon ein ausführliches Video auf dem Kanal. Deswegen hier nur ein Schnelldurchlauf. Jetzt wäre ich zum Beispiel auf genau 30 Newtonmeter und ich möchte aber 31,7 beziehungsweise 31,5 Newtonmeter einstellen, weswegen ich noch etwas weiter gehe. Und der Wert sollte auch passen. Danach den Aufsatz im 90 Grad Winkel zu unserem Griff haben, da ist uns das Ergebnis auch wieder leicht verfälscht. Wir das Ganze ansetzen und dann einfach so lange drehen, bis unser Griff auch knackst. Für die kleine Leitung habe ich 18,5 Newtonmeter einmal eingestellt und auch hier wieder so lange anziehen, bis es natürlich knackst. Und wir können als letzte Leitung auch noch unseren Kondensatanschluss einmal hier richtig anbringen beziehungsweise verlängern und danach am besten noch mit einem Klebeband herumwickeln, dass das Ganze nicht aus Versehen sich wieder lösen kann. Im nächsten Schritt können wir alle unsere Leitungen auch schon zu einem Strang zusammenführen. Hierfür am besten die Kältemitteleitungen oben verlegen, die Kondenswasserleitung unten drunter, dass diese auch wirklich durchgehend ein Gefälle hat und dann das Ganze einfach mal zum Beispiel mit einem einfachen Klebeband schon miteinander fixieren. Die Stromleitung lasse ich jetzt mit Absicht daneben verlaufen, da ich das Ganze draußen in einem Kabelkanal verlege. Auch meinen Kondensatschlauch klebe ich jetzt nach guten zwei Metern nicht mehr mit dazu, hat einfach den Sinn, dass ich nach zwei Metern nämlich draußen bei meinem Kabelkanal das Ganze auch rausführen werde. Zur zusätzlichen Abdichtung habe ich mir noch so ein spezielles Armaflexband einmal zugelegt. Das tut einfach nochmal etwas besser dämmen und dadurch haben wir auch nicht das Problem, dass ich irgendwo Schwitzwasser bilden kann und die Effizienz kann auch nochmal etwas gesteigert werden. Das wirklich einfach jetzt hier mal rundherum um meinem Strang und wir sollten auch hier vorne unbedingt darauf achten, dass sich die beiden Kupferleitungen nicht direkt miteinander berühren. Wenn alles passt, können wir unsere Leitung Stück für Stück jetzt mal durch unsere Bohrung hier oben nach außen durchgeben, so dass natürlich unser Innengerät auch immer weiter zur Wand wandert, bis wir dieses auch wirklich hier oben schön einhängen können. Hierfür sollten wir auf jeden Fall zu zweit sein, dass eine Person das Innengerät hält und die andere Person kann hier die Leitungen immer weiter durchgeben. Das Innengerät sitzt auf jeden Fall bombenfest, nur ist mir vorhin beim Bohren schon aufgefallen, dass das Bohrloch bei mir etwas nach unten ausgebrochen ist, was ich natürlich ganz am Ende auch nochmal ausbessern muss. Jetzt können wir als nächstes aber auch schon Bauschaum von der anderen Seite mal noch in das Bohrloch hineingeben, so dass dieser auch schön aufquillen kann, die ganzen Lücken hier drin geschlossen werden und somit das Bohrloch auch nochmal zusätzlich gedämmt wird. Den getrockneten Bauschaum habe ich jetzt schon mit einem scharfen Cuttermess hier oben einmal sauber abgeschnitten und als nächstes möchte ich auch noch einen Kabelkanal richtig anbringen, das natürlich hier außen optisch auch noch etwas hermacht. Der Kabelkanal ist in meinem Fall übrigens 60x110 mm. Das Kondenswasser muss wie gesagt auch noch irgendwo entwässert werden. Ich habe hierfür einfach mal noch ein kleines Loch bei meinem Deckel vom Kabelkanal reingemacht und bei der Wasserwaage kann man auch recht gut sehen, dass der Balkon auf jeden Fall ein ordentliches Gefälle nach außen hin hat und ich so ohne Probleme auch meinen Schlauch hier einfach mal abschneiden kann und das Wasser dann Richtung Garten fließen wird. Der Teppich ist übrigens auch für außen gedacht, also da gibt es auch keine Schwierigkeiten. Dank unserer Leitung wissen wir jetzt auch ganz genau, wo unser Außengerät am Ende hinkommt und jetzt ist einfach wichtig, dass wir die Mindestabstände zum Beispiel zu einer Wand einhalten. Hinten sollten mindestens 10 cm bei meinem Modell frei bleiben, dass natürlich auch genug Luft in das Außengerät eingesaugt werden kann und hier vorne sollten es mindestens 20 cm sein, dass die Luft auch wieder ordentlich ausströmen kann. Außerdem werde ich das Ganze bei mir jetzt auf den Boden stellen, da es ja relativ gerade ist. Ich werde aber auch noch solche Gummiplatten bzw. Antivibrationsmatte darunter legen, dass natürlich die Schallübertragung später in unser Schlafzimmer so gering wie möglich ist und wenn du das Ganze an der Wand befestigen möchtest, dann benötigst du natürlich solche speziellen Halterungen, die du auch mit einem richtigen Befestigungsmaterial an der Wand anbringen solltest. Danach können wir auch schon dieses Gehäuse hier unten einmal öffnen, hierfür einfach die Schraube entfernen, das Ganze etwas nach unten drücken und darunter befinden sich dann auch schon unsere zwei Anschlüsse für die Kältemitteleitungen. Wieder alle unsere vier Schutzkappen entfernen. Per Hand die Verbindungen im Uhrzeigersinn wieder festdrehen und wieder mit unserem richtig eingestellten Drehmomentschlüssel so lange drehen, bis es knackst. Alles ist vorbereitet und jetzt kommt der wohl wichtigste Teil überhaupt, denn wir müssen am besten mit einer speziellen Vakuumpumpe, die man sich übrigens auch günstig ausleihen kann, ein ordentliches Vakuum bei unserer Kupferleitung hier machen. Das hat einfach den Sinn, dass wir auf jeden Fall überprüfen können, ob unsere ganzen Verschraubungen bzw. Verbindungen dicht sind und vor allem auch, um die restliche Feuchtigkeit aus diesen Leitungen noch herauszubekommen. Nicht, dass wir in ein paar Jahren nämlich im schlimmsten Fall sogar einen Kompressorschaden am Ende haben. Auch noch ist wichtig zu sagen, dass diese Schritte eigentlich von einer Fachfirma durchgeführt werden müssen, da wir sonst natürlich keine Garantie haben. Hierfür habe ich meinen gelben Schlauch einmal beim Manometer in der Mitte hier unten per Hand ordentlich festgedreht, den blauen Schlauch natürlich auf der blauen Seite hier und dieses blaue Ventil, das sollte normalerweise jetzt auch noch im Uhrzeigersinn geschlossen sein. Danach geht es einfach darum, dass wir mal hier noch diese Schubzkappe bei unserem Ventil gegen den Uhrzeigersinn lösen. Dann benötigen wir am besten noch ein spezielles Adapterventil, das habe ich mir auch noch zusätzlich besorgt und kann dieses einmal per Hand auch hier ganz einfach ordentlich draufschrauben. Wenn dieses festsitzt, dann den blauen Schlauch hier noch nehmen und den blauen Schlauch, den müssen wir dann auch hier vorne bei unserem Adapterventil wieder ordentlich draufschrauben. Als kleiner Tipp, wie man per Hand das Ganze übrigens noch etwas fester drehen kann, einfach mal hier vorne bei der Verbindung festhalten, dann das Adapterventil gegen den Uhrzeigersinn etwas zurückdrehen und dann können wir nämlich beides gleichzeitig hier festhalten und im Uhrzeigersinn somit auch wieder etwas weiter drehen. Wichtig ist auch noch, dass dieses Ventil hier auf jeden Fall auch im Uhrzeigersinn geschlossen sein sollte. Als nächstes müssen wir unbedingt den Ölstand bei unserer Pumpe kontrollieren. Diese muss zwischen Max und Min liegen und falls nicht, einfach hier die Kappe gegen den Uhrzeigersinn lösen, etwas spezielles Vakuumpumpenöl nachfüllen und wenn es dann passt, dann am besten einfach mal die Kappe hier oben gegen den Uhrzeigersinn noch lösen und wir sollten die Pumpe einfach mal für circa eine Minute laufen lassen, ohne etwas anzuschließen, dass diese auch eine gleichmäßige Drehzahl hat. Eine Minute ist rum, weswegen wir unseren Saugschlauch auch schon mit gutem Gewissen einmal auf die Pumpe aufschrauben können. Unser blaues Ventil am Manometer einmal ganz gegen den Uhrzeigersinn lösen und auch das Adapterventil einmal ganz gegen den Uhrzeigersinn drehen. Am Manometer können wir toll erkennen, dass die Nadel bereits in den Minusbereich rübergewandert ist und wir somit auch ein Vakuum erzeugen. Und jetzt sollten wir aber die Pumpe noch mindestens für 30 Minuten laufen lassen, dass auch die restliche Feuchtigkeit aus unseren Kupferleitungen rausgeht. 30 Minuten sind rum, weswegen ich hier mal das Ventil bei meinem Manometer schließe, die Pumpe danach natürlich auch ausschalte und jetzt ist einfach wichtig, dass wir das Ganze mal für mindestens eine Stunde so stehen lassen sollten und der Zeiger darf sich während dieser Stunde auf gar keinen Fall irgendwie wieder nach oben bewegen, da es uns natürlich irgendwo etwas undicht wäre. Ich habe jetzt einfach mal zwei Stunden gewartet und der Zeiger beim Manometer ist immer noch genau auf derselben Stelle, weswegen unser System auf jeden Fall dicht sein sollte und jetzt können wir mit gutem Gewissen auch mal das Adapterventil wieder ganz im Uhrzeigersinn schließen. Im nächsten Schritt können wir unsere beiden Schutzkappen der Ventile mal ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn lösen und mit dem passenden Inbusschlüssel können wir mal bei unserem Hochdruckventil, was einfach die dünnere Leitung ist, das Ganze gegen den Uhrzeigersinn hier vorne öffnen, wodurch jetzt auch schon das vorgefüllte Kältemittel in unsere Leitungen rein strömen sollte. Dasselbe Spiel machen wir natürlich bei unserem Niederdruckventil genauso. Wichtig ist, wir sollten es wirklich komplett auf Anschlag öffnen und danach sollte das Kältemittel wirklich im ganzen Kältekreislauf verteilt sein. Wenn das passt, müssen wir das Adapterventil so schnell wie möglich von dem Ventil herunterdrehen und hierbei kann es übrigens auch ganz leicht zischen, denn dadurch schließt sich das Kältemittelventil wieder automatisch und einen minimalen Verlust vom Kältemittel müssen wir leider in Kauf nehmen. Hätten wir nämlich davor schon das Adapterventil heruntergedreht, als noch Unterdruck in unserer Leitung drinnen war, dann hätten wir uns wieder Feuchtigkeit in das System reingezogen, was über die Dauer gesehen auf jeden Fall schlimmer gewesen wäre. Danach noch alle unsere Schutzkappen wieder im Uhrzeigersinn aufdrehen und wir können unseren Strom noch final anschließen, wofür ich erst einmal wieder diese Schraube entfernen muss und natürlich auch diese Kappe. Zuerst schließe ich meine Innenheit nach dem Schallplan an und danach noch unsere Zuleitung. Das Gehäuse natürlich nicht vergessen und schauen, dass unsere Leitungen hier unten auch schön rauskommen. Wieder festschrauben und wir können unsere Zuleitung normalerweise ohne Probleme in eine einfache Steckdose hineingeben, da unser Elektrik im Haus eh recht neu ist und wie rum der Stecker übrigens hier reinkommt, das ist normalerweise bei so einer kleinen Klimaanlage auch vollkommen egal und bei einer großen, da muss man sowieso einen festen Anschluss mit einer extra Absicherung machen. Zum Schluss teste ich mal noch die Anlage, ob auch wirklich alles funktioniert. Ich würde sagen, das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und auch draußen läuft meine Außeneinheit ohne Probleme, weswegen die heißen Sommertage auf jeden Fall kommen können. Wenn du dir für zu Hause siehst, auch eine Klimaanlage, so einen Drehmomentschlüssel mit den verschiedensten Aufsätzen, eine Bohrkrone oder natürlich auch eine Vakuumpumpe und Arma-Flexband zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.